Wenn ich klassische Musik höre, dann kann ich einfach abschalten. Ich kann sozusagen in mir die Musik aufblühen lassen und vergesse alle Sachen um mich herum. Das ist einfach toll, was man alles mit Musik anstellen kann. Ich bin Nane Schulz, bin 13 Jahre alt, spiele seit ca. 6 Jahren Flöte und komme aus Hamburg, Bandsbeck. Die Young Classics bieten viele verschiedene Auftrittsmöglichkeiten, Orchesterreisen oder auch beim Chor bieten die auch viel an. Ich durfte mit meinem wundervollen Orchester eine Elfli spielen. Dann durfte ich auch Solo eine Elfli spielen, haben auch den Europäischen Kulturpreis letztes Jahr gewonnen als bestes Nachwuchsorchester. Ich hatte viele Möglichkeiten und das wäre auch, wie gesagt, ohne die Young Classics nicht möglich gewesen. Ich habe schon sehr oft in der Elfli gespielt, war aber noch nie Gast da. Also ich habe noch nie ein Konzert gehört. Ich weiß gar nicht, wie der Saal klingt. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man da bestimmt drin sitzt. Das möchte ich unbedingt auch mal machen. Das Orchester ist wie eine zweite Familie, die einen aufnimmt und nochmal ganz andere Sachen mit einem macht. Und es ist echt umwerfend, wenn alle aufgestanden sind nach dem Konzert, geklatscht haben, gejubelt. Man verbreitet Musik und man freut sich auch, wenn sie dann auch beim Publikum ankommt. Mit Musik kann man so viel ausdrücken und ob man im Orchester spielt, Solo, alles Mögliche. Das bedeutet mir einfach alles.